Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Ich bin schon lange auf der Bahn, früh aufgestanden und fahre jeden Moment über die Grenze nach Holland und bin megamäßig aufgeregt und sehr, sehr gespannt. Es geht diesmal nicht zum Angeln, aber es hat trotzdem irgendwo mit dem Angeln zu tun, denn ich plane gerade meinen neuen Begleiter, mein neues Battle Cat. Die letzten Jahre war ich ja sehr, sehr zufrieden und auch sicher mit meinem Swisscat-Boot überall in Europa unterwegs, aber jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich mich doch wieder oder nochmal weiterentwickeln möchte. Diese Idee spukt schon sehr, sehr lange in meinem Kopf herum, aber es hat auch doch einige Zeit gedauert, um einen zuverlässigen und auch guten Partner für so ein Projekt zu finden. Der Zeitpunkt ist jetzt gekommen, es haben viele Gespräche stattgefunden, ich habe mich viel, viel umgeschaut, umgehört auf dem Markt und habe eine ganz interessante, spannende Firma, einen sehr, sehr großen Bootshersteller, genau an der holländischen Grenze gefunden, der schon viele, viele Jahre Aluboote, Rauwasserboote produziert, hauptsächlich für Rettungskräfte, Einsatzboote, Feuerwehr, DLRG, Berufsboote, aber auch sehr, sehr starke Rauwasserboote für den Offshore-Bereich, Tunfischboote, Meeresboote, Hafen, Schleppschiffe, ja, also dieses ganze Portfolio ist da geboten, schier unzerstörbare Boote und mit dem, mit der Firma habe ich jetzt lange Gespräche geführt und habe gesagt, Mensch, wollen wir nicht zusammen ein richtig geiles, innovatives, unzerstörbares, unsinkbares Angelboot für den Angelbereich zusammen kreieren, zusammen erfinden, zusammen auf den Weg bringen. Ich denke hier nicht an so eine Art Bestboot-Form, die es ja schon sehr zahlreich von vielen Herstellern auf dem Markt gibt, schön mit Teppich, mit allem Schnickschnack, sowas brauche ich nicht. Ich denke hier an ein auf uns Angler perfekt zugeschnittenes Boot, was das Leben auf dem Boot ermöglicht, also auch mehrere Nächte vom verankerten Boot aus möglich machen, also speziell für Weltsangler, für Karpfenangler, für all diejenigen Angler, die auch gerne auf ihrem Boot über Nacht draußen am Wasser bleiben, auf ihrem Boot schlafen, aber auch an ein sehr wendiges Aktivboot, an ein schnelles Boot, an ein sicheres Boot, an ein rauwassertaugliches Boot, an ein Boot, was sehr gut Wellen bricht, Wellen schneidet auf den großen Flüssen, bei mir zum Beispiel zu Hause der Rhein ist ein Industriefluss, wo viel Schifffahrt ist, viele Wellen, also mit einem herkömmlichen Boot könnt ihr dort kaum richtig vorwärts kommen, weil die Wellen permanent auf den Bootskörper wirken. Es muss so, was wie so eine Art eierlegende Wollmilchsau werden, viel Platz auf dem Boot, trotzdem ein sehr wendiges, schnittiges Boot fürs aktive Angeln, Spinnfischen und Vertikalangeln, ein Boot oder ein Bootskörper, der sehr gut Wellen schneidet, ein Boot, was auf dem Wasser sehr ruhig liegt, also nicht irgendwie unter Anker rumkluckst oder irgendwelche Geräusche macht, was nicht stark schwankt, damit ich mich auch mit ein oder zwei Personen ganz bequem auf dem Boot bewegen kann, ohne dabei irgendwo richtige Schieflagen zu erzeugen. Das ist mein Ziel und wir sind da schon in der Entwicklung etwas vorangeschritten, Ich bearbeite das ganze Projekt, also es entsteht alles aus meinen Ideen, aus meinen eigenen Vorstellungen, mit einem Architekten zusammen. Der Architekt arbeitet sehr eng auch mit dem Bootshersteller zusammen und dem Architekt habe ich meine ganzen Ideen vorgestellt. Wir sind zusammen in die Planung erstmal am Rechner gegangen und haben da was ganz, ganz Spannendes am Bildschirm entwickelt. Die ersten Rohzeichnungen sind fertig, die werde ich euch auch nachher jetzt nochmal im gemeinsamen Gespräch in der Planungsphase zeigen, was ich mir dabei gedacht habe und was da genau geht. Und ich glaube wir werden heute auch schon die ersten Teile für mein Boot, es ist ein Aluminiumboot, produzieren. Also die erste Aluplatte, der erste Verbundstoff für den Bootskörper wird heute bereits geschnitten und da bin ich mega gespannt drauf und ihr könnt und werdet auch dabei sein. Jetzt fahren wir erstmal in die Werft. Ich zeige euch ein paar Sachen. Wird mega spannend. Bis gleich! Das Firmenschild habe ich schon mal gesehen und jetzt fahren wir mal in die Werft rein. Das ist schon ein mega Komplex hier. Die haben ein eigenes Meer vor der Haustür, um ihre Boote zu testen. Ich glaube die größten Boote, wo sie gebaut haben, sind über 200 Meter lang. Ganz so groß wird meins nicht. So, wir sind jetzt in der Produktionshalle, da ist auch gerade der Chef. Der Chef arbeitet hier noch mit. Das zeugt immer für Qualität. Jan? Hallo! Hi! Hi! Jan Tönnemanns, denn selber. Mein Sohn schickt gleich die digitale Info durch nach dem Schneidecomputer. Und hier ist dann der Schneidetisch, hier liegt die erste Platte fertig. Die erste Platte für mein Boot, für unser Bootsprojekt. Ja, Wahnsinn. So sieht es ganz am Anfang aus. Was für eine Materialstärke? Das ist 5 Millimeter. Das ist, das hält. Da kann ich nicht über die Steine fahren. Seewasserbeständiges Aluminium, das ist auch wichtig. Man kann es auch mit dem Boot auf das Meer- und Salzwasser, das ist seewasserbeständige Platte. Die nutzen wir immer. Das kann man hier sehen. Hier steht die Nummer, das ist Leutschregister gekürte, gezertifizierte Platte. Die Qualität ist 5083, das heißt seewasserbeständig. H111, das ist die Hartheit von der Platte. Und hier steht dann die Dicke 5 Millimeter. Das war ja das schon, was ich euch auf der Herfahrt zum Teil erzählt habe. Ich will so eine eierlegende Wollmilchsau. Und natürlich will ich mit meinem Boot auch irgendwann aufs Salzwasser raus. Nicht nur an Borden zum Hechtangeln, vielleicht sogar damit auf Thunfischangeln. Und das muss es alles können. Und da sind wir dran. Das ist echt spannend. Und hier ist jetzt gerade der Sohn, der hat viel geholfen bei der Architektur, beim Entwurf des Bootes. Wir bauen hier nicht irgendwas nach. Wir tun alles selber. Design, Planen, Überlegungen kommen da rein. Und was ist denn das größte Boot, das längste Boot, was du jemals gebaut hast? Auf Aluminium oder auf Stahl? Erstmal egal. Auf Aluminium haben wir eine Reihe von 3 bis 9,30 Meter. Das sind so ein bisschen die größten Boote, was noch gerade oder gerade nicht mehr trillerbar ist. Aber wir bauen auch Jachten von 15 Meter, 20 Meter und auch Berufsschiffe in Stahl. Das wird ihr gleich auch mal sehen. Naja, hier sind wir bestens aufgehoben. Die Jungs wissen auf jeden Fall, was sie tun. Wenn ich irgendwann nicht mehr angeln kann und es mit dem Angeln nicht mehr klappt, lasse ich mir so einen großen Stahlkutter bauen und werde Kohle hier durch die Weltmeere schippern. Ja, hier sieht man, wie die Platte eingenästet ist. Da liegt die Platte, ich zeig mal mit dem Finger, das ist dann die Platte von 8x2 Brutto. Und hier sind dann die ersten zwei Seitenplatten eingenästet und was spannender und frange. Und so werden noch fünf oder sechs Platten folgen. Ja, das ist jetzt sowas, wie wenn das Boot aufgeklappt komplett auf dem Boden liegt. Da könnt ihr euch noch nicht viel vorstellen. Aber ihr werdet nachher noch erste Entwürfe, Skizzen schon auf dem Computer sehen, wie es als Körper aussieht. Ja, und jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt der allererste Arbeitsschritt an dem Boot. Die erste Platte wird gesägt. Heißt das gesägt? Erst fängt die Maschine an mit dem Markieren. Die Maschine schreibt Text und Leine drauf, das werden Sie gleich sehen. Der brennt damit nur drei Ampere ein in die Platte und das sind Hilfslinien, die wir später im Bau nützen. Und der markiert erst und dann fängt er an zu schneiden. Das werden wir sehen. Hier drüben sind ja die Platten für ein Angelboot, das nach Norwegen geht. Also absoluter Wahnsinn. Kann sich keiner vorstellen, wie sowas am Anfang aussieht. Hier sind schon so ein paar Biege, Zeichnungen drauf. Auch fünf Millimeter stark. Und ich bin sicher, für mein Vorhaben, für das neue Battle Cat 5 Millimeter, da brennt nichts mehr an. Dieses Boot kann ich auch problemlos dann am Rhein mal auf eine Kiesbank legen. Da muss ich nicht mehr so aufpassen, wie bei einem GfK-Boot. Und darum geht es mir eigentlich. Dass ich einen ganz zuverlässigen, stabilen, eigentlich unzerstörbaren Begleiter habe bei meinen Touren. Die Maschine hat jetzt über den Laser, über den roten Punkt, den ihr vorhin gesehen habt, das ganze Schnittprogramm auf diese Platte hier eingelesen. Also hat sich darauf kalibriert. Und jetzt wird es gleich ernst. Jetzt wird gleich der erste Schnitt gemacht. Der erste Schnitt vom neuen Battle Cat Boat. Wahnsinn, ich bin gespannt. Ich habe jetzt die Ehre, den allerersten Schnitt selber zu verantworten, auszuführen. Hier auf dem Bildschirm können wir jetzt gut erkennen, wie weit der Markierungsprozess, der Schnittprozess vom Laser schon vorangeschnitten ist. Die roten Linien stehen alle noch an. Der grüne Bereich ist das, was schon passiert ist. Also rucki-zucki geht es, wenn die Maße des Bootes mal hier im Rechner drin sind. Wir sind jetzt hier in der Halle von Tinsilver. Hier möchte ich jetzt euch mal einige Boote zeigen, die bereits auf dem Markt sind. Wie viele Jahre produzierst du schon Boote? Oh, 20 Jahre boore ich schon. Genau, also den meisten Leuten, die rauwassertechnisch unterwegs sind oder auch Sportboote fahren, Feuerwehr, DLRG, sind diese Boote sehr bekannt. Und ich zeige euch jetzt mal so die gängigen Modelle, was hier rumsteht. Und auch Jan sein Thunfischboot steht da. Mit dem ist er sehr erfolgreich in vielen Meeren unterwegs. Schaut mal selbst, was es hier schon alles Spannendes gibt. So eine Tür ist ganz praktisch. Da können wir die dicken Baller reinziehen. Und wenn wir älter sind, können wir ganz bequem am Steg aussteigen. Jan, du kannst ruhig ein bisschen was erzählen. Ja, das ist eine unserer kleinere. Das ist 3,90 Meter. Das ist eigentlich ein schönes kleines Familienboot. Das ist sehr bezahlbar und da bauen wir bestimmt 20 Stück von pro Jahr. Läuft einwandfrei. Ja, all unsere Boote hier haben dann auch einen selbstlensenden Boden. Ja, das können komplett jahresrum rausliegen. Der Boden ist höher als das Wasserniveau. Es ist Regen und Dreck, alles läuft raus. Das gefällt mir schon mal mega gut. Ja, kein Schnickschnack. Mein Boot ist oder wird auch ein Arbeitsangelboot. Es wird viel Dreck da auch reinkommen. Ja, und deswegen muss es einfach und schnell sauber machbar, also reinigungsbar sein. Und ja, das schaut gut aus. Heute haben wir ein Boot für Irland gebaut. Im Mai hoffen wir nach Irland zu gehen. Auf Jagd auf der Brauntrout mit dem Mayfly. Das ist schon toll, wenn man für jede Zielfischart sich ein eigenes Boot bauen kann. Und da versuche ich ja gerade den perfekten Mix zu finden. Hier hinten schon sieht aus wie Polizei. Mit Kabine. Wenn ich älter bin, kommt sowas definitiv dran. Schön im trockenen Sitzen an der Heizung. Ja, und hier steht ein richtiger Kutter. Das ist Jakob und wie Sie sein. Das ist ein Messersee. Alter Falter. Power. Ja, der hat sich gebaut für die Messe. Letztes Jahr schon. Und ich möchte auch in das größere Bereich mal was probieren. Das ist der Tinsilver 39 mit vier Schlafplatz vorne drin und eine Toilette. Aber sonst schön offen, T-Top mit Routerhalter, dass man doch eine schöne Kombi hat als Familienschiff und angelt auf zum Beispiel Mittelmeer. Ja, hier drüben Wasserrettung. Die sind natürlich auch drauf aus, was Zuverlässiges zu haben. Rauwassertauglich. Perfekt ausgebaut. Kein Schnickschnack. Und hier drüben steht die Thunafangmaschine. Ja, das ist mein Traum. Der Tinsilver 800 Offshore. Der Spezialentwurf zum Thunfischangeln und auch bei Rauwasser. Schlechtes Wetter, viel Wind. Wir haben 24 Grad V. Der schneidet richtig durch die Welle. Und wo manche Boote stehen bleiben, gehen wir durch. Welle bis anderthalb Meter, kein Problem. Ich fahre immer durch. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber das kann ich halt mit meinem Bulli nicht mehr ziehen. Was euch sicherlich aufgefallen ist, die Boote, alle Boote die hier stehen, haben eine sehr, sehr hohe Bordwand. Ja. Wenn ihr jetzt nur zum Hechtfischen unterwegs seid oder irgendwo nur Offshore fahrt, ist das natürlich sehr wichtig. Und ihr landet eure Fische auch mit einem Kescher. Ja. Also überhaupt kein Problem, diese hohe Bordwand. Für mich beim Karpfenangeln, beim Wälzangeln, beim normalen Angeln ist diese hohe Bordwand natürlich ein Problem. Und deswegen haben wir ein eigenes Boot speziell für meine Anforderungen hier kreiert. Eine flachere Bordwand bedeutet nicht gleichzeitig Unsicherheit. Aber ich muss die Möglichkeit haben, einen großen Fisch auch per Handlandung ins Boot zu bekommen. Und will aber trotzdem Rauwassertauglichkeit haben, um auf dem Boden in Norwegen oder vielleicht sogar beim Thunfischangeln unterwegs zu sein. Auch bei den Kielen seht ihr ja, die meisten Boote hier sind sehr stark geschnitten. Also haben eine tiefe Wasserlinie, damit die Boote die Wellen sehr gut schneiden können. Auch für mich ist das ein mega Problem. Denn eine tiefe Wasserlinie, also ein tiefer Rumpf bedeutet, ich kann in flachen Gewässern nicht so gut unterwegs sein. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel am Fluss ans Ufer ran will, bleibe ich drei Meter vorm Ufer stehen und muss mir eigentlich nasse Füße holen. Und auch hier haben wir uns Gedanken gemacht und die perfekte Rumpfform entwickelt. Aber das zeige ich euch nachher auf jeden Fall noch am Rechner. Ja, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, was da auf uns zukommt. Der Trailer für mein Schlachtschiff ist bereits da und einsatzbereit. Wahnsinn, alles komplett. Edelstahl, alles auf Rollen diesmal, damit ich auch an schwierigen Slip-Anlagen mein Boot immer ganz easy going ins Wasser bekomme. Und das Beste, ich muss am Hänger nichts mehr abbauen beim Wässern. Alles wasserdichte, LED-Beleuchtung hinten drauf, also ich kann direkt ins Wasser reinfahren, los geht's. Kein Schnickschnack, alles ganz optimiert aufs Angeln, um überall sein Boot schnell, einfach und auch sicher ins Wasser rein zu bekommen und wieder raus zu bekommen. Wahnsinnsteil. Wahnsinnsteil. So, hier seht ihr, die Anker für mein Boot sind auch schon ready, die sind schon fertig. Heckanker und Buganker, damit bleibe ich definitiv überall stehen. Ne, das ist Quatsch. Das sind für große Industrie-Kähne, für große Schiffe, ja. Aber das wird auch hier hergestellt. Die erste Seitenplatte für mein neues Battle Cat Aluboot ist ready. Dieser hat eine Länge von 6,50 m. Jetzt wisst ihr schon mal, wie lang das Boot werden wird. Bei der Breite werden wir auf ca. 2,30 m gehen. Weiter geht's. Neben den Alubooten für uns Angler oder für die Rettungskräfte wird hier auch Stahlbau betrieben, also riesige Transportboote gebaut, restauriert, repariert, alles was da passiert. Also hier gibt es einen riesen Trockendock, ich glaube das größte sogar in Holland, wo Boote bis über 150 m Länge trockengelegt werden und dann erneuert. Hier drüben, das Boot, was ihr da seht, mit dem neuen Dach, coole Story. 20 Jahre fährt der Kapitän hier über die Binnengewässer und einmal ist plötzlich Hochwasser und da hat er sich an der Brücke das komplette Dach abgefahren. Kein Problem, hier wird ein neues Dach einfach drauf gesetzt. So, jetzt gehen wir mal rein in den Stahlbau, gehört auch zum Unternehmen dazu. Also, hier wird alles gemacht. Ja, hier ist unsere Stahlhalle. Und hier machen wir Schiffreparatur und Neubau. Wir werden mal gucken hier. Stahljagd anbauen. Hier ist gerade ein komplett neues Boot. Ja. So, die beiden Materialien, aus denen die Boote gebaut werden, Stahl und Alu. Was ist eigentlich der Unterschied? Wann nimmt man Stahl? Wann nimmt man Alu? Ja, Stahl nimmt man hauptsächlich, wenn man ein Verdrängerschiff baut. Ein Schiff, das langsam fährt und nicht schnell braucht zu fahren, weil das Gewicht. Aluminium ist dreimal so leicht wie Stahl. Und deshalb, hier sind die schnell fahrende Schiffe und das ist immer Aluminium. Hier kann man ein Beispiel sehen, unsere Rumpfe sind komplett geschweißt von innen und von außen. Und dann hat man hier die Frange. Die Frange sind gestandet und sind von flach bis Boden und werden hier mit Schlitzlasse geschweißt an die Spante. Hierdurch kriegt man einen komplett luftdichten Boden. So, diese Boote sind unsinkbar. Ich hoffe, ihr habt es eben durch die Geräuschkulisse perfekt mitgekriegt. Also, alle Alu-Boote sind unsinkbar durch diesen komplett geschlossenen Körper am Bootsboden. Ja, da ist so viel Luft drin. Der ganze Körper ist geschlossen. Hier erkennt man das nochmal ganz gut. Oder bei dem anderen Boot, wo wir eben dran waren. Also, euer Tinsilver Alu-Boot und auch in Zukunft mein neues Battle-Cat-Boot kann niemals untergehen. Aber, wie gesagt, 5 mm Alu muss man auch erstmal ein Loch reinbekommen. Hier vorne ist noch ein ganz interessantes Boot oder eine Bauweise am Boot für einen Kunden. Wird gerade angefertigt. Auch ein größeres Boot, in dem seine Frau hat eine schwere Krankheit, MS. Sitzt auch im Rollstuhl, möchte aber trotzdem aufs Wasser. Und dann werden hier ganz tolle Möglichkeiten geschaffen, dass die Dame problemlos aufs Boot kann und vom Boot wieder aufs Ufer kann. So ein ähnliches Boot hatten wir ja auch beim Heilbootangeln in Norwegen. Und da war diese Bugklappe hier vorne. Auf dem Meer haben wir die aufgemacht und einen großen Heilboot reingezogen. Den Film habt ihr bereits bei mir auf dem YouTube-Kanal gesehen. Also ohne so eine Klappe wäre es unmöglich gewesen, ja. Ich überlege noch, ob ich vielleicht sogar an der Seite meines Bootes wie so eine Art Tür einbauen lasse, um die großen Wälse schonend, schonender ins Boot reinwuchten, reinziehen zu können, damit ich sie nicht immer über die Reling lupfen muss. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Warten wir mal ab, wenn wir genau bei meinem Boot wissen, wie die Seitenwände genau geplant sind, wie hoch sie genau werden. Aber das kann noch kommen. Ja, da bin ich noch am überlegen, ob ich so eine Tür an der Seite brauche. Fürs Angeln oder auch fürs Baden sicherlich. Nicht die dümmste Idee. Schauen wir mal. Ja, dieser riesen Kutter hier ist im Sturm mit der Spitze komplett hier in die Hafenanlage reingeballert. Großer Schaden dran und der wird jetzt hier einfach mal schnell wieder behoben. Die machen hier wirklich alles, die können alles und die werden auch definitiv das geilste Battle Cat Wallerboot für mich hier bauen. Von Produktionshalle zu Produktionshalle fahren wir hier mit dem Auto. Also das Areal ist immens riesig. Und das, was ich so spannend oder auch so wichtig finde, ist, hier wird alles von Hand gemacht. Es wird nichts irgendwo in Amerika zugekauft, wo keiner weiß, wer da seine Hände im Spiel hatte. Die Boote wird jedes Teil, jeder Schnitt, jeder Schliff, jede Schweißung, jede Naht, alles hier per Hand an unterschiedlichen Orten gefertigt. Und das zeugt halt für mich von unheimlichem Vertrauen in die Qualität und auch in den Partner, mit dem ich zusammen so ein Projekt stemmen möchte. Hier in der Halle werden dann die Feinheiten am Boot gemacht, Motoraufbau, Technik, Echolot, je nach Innenausbau, was man da haben will. Gehen wir mal rein, ja. So, hier wird gerade schwer gearbeitet. Wir sind ja gerade im Planungsbüro von Johann und hier zeige ich euch schon mal ein kleines Detail. Nachher gehen wir noch mal mehr in die Tiefe. Aber wie die einzelnen Platten, die ihr vorhin gesehen habt, an der Maschine, die gekennzeichnet wurden und dann auch geschnitten wurde, dann den Bootskörper bilden. Ja, hier ist die langspannte Konstruktion und hier die seitenspannte Konstruktion mit dem Shot, wo nachher die Liegeplattform entsteht, mit viel Stauraum, vorne noch eine kleine Ankerkiste und hinterher hast du schon die Heckplatte vom Spiegel, die man in die Konstruktion mitnimmt. So sieht das aus, wie wir das aufbauen. Guck, das ist die Innenausteilung komplett, was wir am Bauen sind. Echt alles optimalisiert, für Zelt draufzubauen, für die Schlafmöglichkeit. Und dann hier das Ankerplattform, dass man überall schön umgehend viel Platz hat. Hinter für den technischen Raum extra Stauplatz, eine schöne Entwürfe von einer Konsole, Steuerstand. Ja, so sind wir sehr froh, dass wir zusammenarbeiten. Von der Form her werden viele von euch jetzt schon einiges wiedererkennen, auch von meinem alten Boot her. Das ist die Stefan Seuss Form. Die optimale Liegefläche mit optimalem Platz, Stauraum kombiniert. Und diese Form habe ich damals schon bei der Firma Swisscat ins Spiel gebracht. Und diese Form werden wir natürlich hier beibehalten. Jetzt nur noch verbessern, noch mehr ausbauen. Ja, also das wird ein ganz starkes Projekt. Ich freue mich riesig drauf. Nachher gehen wir nochmal am Rechner und dann kann ich euch mal das Bootsmodell zeigen. In einem 3D-Muster, wie wir uns das dann genauer vorstellen können. Ja, und in Kürze, wenn es so gut weiter hier läuft, wird das Boot schon das erste Mal gewässert. Jetzt wird es spannend. Jetzt seht ihr die erste 3D-Illustration des neuen Bootes. Was für einen Motor dran kommt, da kommen wir später drauf zu sprechen. Darum geht es erstmal nicht. Aber wie das Boot aufgebaut sein wird innen, das erste 3D-Muster in Bewegung hier live für euch. Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch geil, oder? Alles von der Pike aufgeplant, jedes Detail hier in Handarbeit verrichtet. Also es wird jetzt noch etwas dauern, bis wir hier draußen die erste Probefahrt machen können. Aber der Plan ist da, der Plan ist perfekt. Ich bin mega gespannt auf das Projekt und halte euch definitiv weiter auf dem Laufenden. Das wird das absolute Battle Boat. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße euch. Ich bin aufgeregt wie ein kleines Kind kurz vor Weihnachten. Mein neuer Partner ist für den ersten Ausritt vorbereitet. Klingt komisch. Ist aber so. Ja, vor guten zwei Monaten war ich das letzte Mal in Holland. Hier war dabei. Da haben wir den ersten Laserschnitt vollzogen. Jetzt ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Ich habe meine Saison in Italien beendet. Ja, und jetzt kamen die ersten Bilder aus der Werft von Tensilva rüber. Der Motor hängt drauf. Das Boot ist für die erste Probefahrt vorbereitet. Ich bin mega gespannt. Ich baller jetzt rüber. Dann werfen wir mal einen Blick auf das Goldstück. Es sieht auf den Fotos schon sehr monströs aus. Ganz tolle Arbeit. Was die Fotos halt wieder geben. Aber gleich werde ich es und auch ihr es live sehen. Und auch fahren. Also auf das Fahrverhalten bin ich ultra gespannt. Da kann jetzt natürlich noch alles passieren. Ja, deswegen habe ich auch gesagt, wir bauen das Boot erst komplett fertig auf. Wenn ich zu 100% überzeugt bin vom Verhalten, vom Fahrverhalten, vom Liegen, von der Bewegung auf dem Wasser. Das ist das A und O. Ja. Und dieser Tag ist heute. Ich nehme euch mit. Gleich sind wir da. Seid gespannt. Abfahrt. Da geht es da drauf. Das Schräubchen für den kleinen Motor. Für das große Battlethead Boat. Wahnsinn. Ich begrüße euch hier recht herzlich bei Tin Silver auf dem Hof. So wie es in Holland ist. Es hat geregnet. Aber das wird später dem Boot überhaupt nichts ausmachen. Denn es wird komplett selbstlänzend. Ja und jetzt stehe ich davor. Ich bin noch etwas sprachlos. Auf dem Foto sah es gar nicht so groß aus. Aber wir wollen ja auch große Fische fangen. Hier ist der Dieter. Mit dem starte ich das Projekt. Black Forest Boats. Seht ihr in der Verlinkung. Da kriegt ihr dann alle Infos. Wenn ihr selber euch so einen Traum hier erfüllen möchtet. Hast du noch Best Boats? Alles mögliche hast du. Wir bauen alle Boote wie es der Kunde möchte. Wir haben viele fertig. Oder wird es neu konzipiert wie dein Stefan. Genau. Und wenn man etwas ganz kleines will. Da steht jetzt direkt links von uns ein 3,90er. Mit 20 PS. Da gibt es alle Möglichkeiten. Ja hier im Hintergrund. Aber das ist zu klein. So was hier muss her. Oder zumindest das da. Ja die Jungs bauen alles. Ich habe euch ja schon wo ich das erste Mal hier zu Besuch war. Ein paar Sachen gezeigt. Das ist jetzt so was für die Offshore Fraktion. Thunfischangeln, Meeresangeln. Aber das kann ich mit meinem auch. Ja Wahnsinn. Wenn man jetzt so das erste Mal davor steht. Vor zwei Monaten ungefähr hat man hier in der Halle. Wird jetzt gerade alles hier ein bisschen umgebaut. Ist ja ein riesen Komplex. Den ersten Schweißschnitt gemacht. Und jetzt alles in Handarbeit. Hier in Holland gefertigt. Steht das ungeschmückte, noch ungeschmückte Battle Cat Boat vor mir. Auf dem Foto sah das alles so winzig aus. Ein riesen Ding. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber das wird eine neue, ein neues Zeitalter hier einläuten. Bin jetzt wirklich gespannt. Alles ganz neu. 140 PS Power Maschine da hinten drauf. Neuer Tohatsu. Den gibt es eigentlich noch gar nicht auf dem Markt. Ich habe ihn als erster bekommen. Die Schraube wird montiert. Und ich bin mega gespannt jetzt, wie es sich auf dem Wasser verhält. Das Boot, die Form haben wir ja selber entwickelt. Selber uns ausgedacht. Gibt es noch gar nicht. Und deswegen bin ich jetzt wirklich gespannt, wie es sich auf dem Wasser verhält. Und dann werde ich euch in aller Ruhe mal das Boot erklären. Wahnsinn. Wahnsinn! Der Steuer stand schon, ne? Juhu! Puuu! 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 Jetzt wird es ernst. Die erste Wässerung. Wir heben es jetzt mit dem Kran rein. Jetzt sieht es erst einmal Wasser. auch von unten. Bisher kam ja nur der Regen in oben. Erste Wasserberührung, das erste Mal jetzt. Ja, jetzt geht's los. Hier, da kommt er. Es schwimmt. Schwimmen tut's. Stehen jetzt drei Männer, 300 Kilo auf einer Bootsseite und das ist schon mal krass. Also das Boot schwankt so gut wie gar nicht. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Wir wollen ja auch auf dem Boot später grillen und mal ein Bierchen trinken, ohne dass alles umkippt. Aber das sieht schon mal gut aus. Jetzt fahren wir mal. So, jetzt der erste Start. Lassen wir mal an. Das Höllenteil da hinten. Der schnurrt wie ein Kätzchen. Finde ich ja mega den Steuerstand. Da haben wir extra designed, entworfen. Ah, das ist ein Kürschirer, wie schön. Aber der Bauch ja. 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 Es fährt mir auf Schienen. Wahnsinn. Wahnsinn. Also absolut perfektes Fahrverhalten. Ich bin wirklich begeistert. Ja, das Boot haben wir mit Vollgas in die Kurven gehauen. Das fährt wie auf Schienen. Der Motor ist noch nicht perfekt, aber das ist auch normal. Es ist ein Prototyp. Den müssen wir noch ein bisschen höher setzen. Jetzt haben wir gerade beim Messen knapp 60 kmh erreicht. Ist schon mega. Und ich glaube, wenn alles dann perfekt abgestimmt ist, werden wir vielleicht auch die 70 schaffen. Ist kein Rennboot, ist ein Angelboot. Aber von den Fahreigenschaften her. Und ihr seht jetzt schon mal, drei Leute stehen auf einer Seite. Das Boot schwankt kaum. Das sind die Sachen, die für mich sehr wichtig sind. Sicherheit auf dem Wasser. Und wie gesagt, ihr könnt ja mal mit eurem Boot zu Hause probieren, mit 60 kmh eine Kurve zu fahren. Da wird euch ganz schön der Arsch wegfliegen. Das Boot fährt wie auf einer Schiene. Wie auf einer Schiene, ja. Mega. So, es geht weiter. Das grobe Gerüst von Battle Cat ist fertig. Und jetzt geht es dann an den Innenausbau. Und ihr seid natürlich wieder dabei bei dem spannenden Projekt. Ich bin schon mal begeistert. Erste Probefahrt. Wahnsinn. Die Jungs von Tin Silver, ja, die wissen halt, was sie tun. Die wissen, was sie tun. Jetzt geht es wieder hoch, das gute Stück. Zurück in die Halle. Und jetzt starten wir dann mit dem Innenausbau. Also, das grobe Gerüst steht. Fahreigenschaften perfekt. Mega. Ja, und jetzt kommt dann Echolot, der Boden rein, Beleuchtung, Routenhalter. Ein Zelt sind wir dran, was zu kreieren. Aber da nehme ich euch dann das nächste Mal wieder mit. Einen wunderschönen guten Morgen. Ein bisschen Zeit ist jetzt ins Land gezogen. Wir haben mittlerweile Herbst 2022. Ich war lange jetzt auf Tour unterwegs. Und fahre jetzt wieder zu Tin Silver, um nach meinem neuen Bootsprojekt zu schauen. Es ist, glaube ich, dort vor Ort einiges passiert. Hat jetzt doch mehr Zeit in Anspruch genommen. Alles als erwartet. Ich wollte ja eigentlich schon im Herbst 2022 die letzten Tourwochen in Italien mit dem neuen Boot starten. Hat zeitlich nicht hingehauen. So, und jetzt. Ich habe auf jeden Fall Info bekommen. Mein neues Boot, mein neues Battle Cat Alu-Boot hat eine Haut bekommen. Da bin ich sehr gespannt, das mal live zu sehen. An den Staufächern, das war mir ganz wichtig, dass die absolut wasser- und dreckdicht verarbeitet sind. Und einfach zu reinigen, die Entwässerungskanäle. Da hat sich anscheinend was geändert. Der Motor wurde nochmal auf eine andere Position gehoben. Wir sind gespannt. Eine Stunde Fahrzeit habe ich noch. Zu den Holländern. Und dann werdet ihr auf jeden Fall sehen, was sich getan hat. Vielleicht machen wir heute auch schon wieder die nächste Probefahrt. Das Bootszelt habe ich dabei. Das muss jetzt angepasst werden. Die Routenhalter werden heute angepasst. Die Positionierung vom Echolot wird heute vorgenommen. Und noch so ein paar kleine Feinheiten für den Bootsausbau. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ihr seid dabei. Wir steigen dann wieder ein, wenn wir vor Ort sind. Jetzt heißt es erstmal konzentriert Auto fahren. Und dann sehen wir uns gleich wieder in der Werft. Die zweite Wässerung jetzt. Die neue Außenhaut. Also die Folierung mit den vielen kleinen Wälzen. Ist ja mal mega geworden. Das sieht richtig schick aus. Und der Fun-Glas-Trailer. Da ist halt alles einfacher. Das Boot liegt komplett auf Rollen. Und rollt da. Schaut mal, wie das runterrollt. Hucki-zucki ist die Hütte. Das neue Battle Cat im Wasser. Das war bei mir auch immer bei dem alten Trailer. Da gibt es mein Swisscat ein riesen Act. Das Boot runter zu kriegen, wenn ich wenig Wasser an den Slipanlagen hatte. Wahnsinn, wie das Boot im Wasser liegt. So, jetzt fahren wir mal den Kutter mit der neuen Schraube. Alter, Frau Schöner. So. Probefahrt Nummer zwei. Also was wirklich mich komplett begeistert ist, jetzt wieder drei Erwachsene drin. Hier schwankt nichts, hier wackelt nichts. Das ist schon für später das Leben auf dem Boot beim Wälzangeln eine ganz ganz coole Sache. Ihr seht, im Innenbereich sind noch einige Sachen zu tun. Routenhalter sind noch keine drauf. Wir müssen noch eine Verkleidung am Boden machen. Ja. Ja, im Ausbau. Aber wir sind auf einem guten Weg. Vorne die Liegefläche. Hier müssen wir auch noch was machen. Aber ihr seht schon mal hier den Stauraum drin. Da könnt ihr eure Frau, eure Freundin, alles Mögliche, was euch den Platz beim Angeln vielleicht kurzzeitig wegnimmt, rein buxieren. Also richtig Stauraum für Teckel. Ich habe mir jetzt mal die Kapuze aufgesetzt. Es ist schon richtig kalt. Jetzt gucken wir mal was passiert. Jetzt gucken wir mal was passiert. Von der Spurtreue in der Kurvenlage absoluter Wahnsinn. Also wirklich perfekt, ja. Jetzt geht es halt an den Innenausbau. Da muss man noch einiges tun, einiges machen. Aber wir sind auf einem sehr sehr guten Weg. Hier handelt es sich ja auch um kein Boot von der Stange. Noch nicht. Sondern um einen Prototypen. Und da gilt es halt immer einen perfekten Mix zu finden. Vor allem beim Wels und Karpfenangen vom Boot. Zwischen Platzangebot, Fahrsicherheit, Fahrstabilität auf dem Wasser, Schnelligkeit. Ist gar nicht so einfach. Natürlich kann man sich ein Stegstück nehmen. Oder so einen vierjährigen Schuhkarton, einen Motor hinten dran bauen. Und dann losfahren. Aber bei Wellenschlag, das Boot ist natürlich auch rauwassertauglich, kann damit aufs Meer. Aber bei Wellenschlag oder bei schneller, kurviger Fahrt, mal bei einem Ausweichmanöver, muss das Ding natürlich laufen wie auf Skien. Und das tut's. Ich habe jetzt mal unser Airframe-Bootzelt drauf angepasst. Wir klettern mal hoch ins Boot. Schaut euch mal diesen Platz an. Es schließt perfekt ab. Ein ganzes Stück vom Steuerstand. Hier habe ich ja noch das Sonnenschild, was es ein bisschen rauszieht. Das Ganze. Aber wirklich optimal. Ganz optimal ist die komplette Schlaffläche überspannt mit dem Zelt. Es passt perfekt. Da setzen wir uns jetzt hier noch die Punkte an die Seite, wo es dann genau sitzen muss. Das kann ich jetzt hier perfekt anpassen. Aber das macht auf jeden Fall einen guten. Wie gemacht, das Black Hat Airframe-Bootzelt für mein neues Boot. Nicht schlecht. Das wäre der Ausblick nach vorne. Schön auf die Routen. Das sieht doch echt super aus. So. Hier vorne kommt auf jeden Fall noch eine Scheibe über den Steuerstand und ein Haltegriff, ein Bügel. Aber so und hier hinten sind wir schon am Proben jetzt für die Routenhalte. die können wir hier auch super vor die Kisten setzen, dass die Kisten noch auf und zu gehen. Kriegen wir vielleicht sogar vier Stück in eine Reihe. Hier drüben noch ein Bataillon dann hin. Geil. Das passt alles super. Ja und Stauraum wie gesagt ohne Ende. Stauraum ohne Ende. Ich zeige euch das mal. Das hier jetzt alles noch leere Fläche ist. Da passt richtig Material dann rein ins Boot. Und hier draußen kann man schön leben. Hier vorne. Große Sitzbank mit Umklappbügel ist geplant. Dass man auch mal nach hinten sich schön anlehnen kann. Beim hinten raus angeln. Aber wie gesagt hier kann man dann Lampada tanzen später. Wirklich viel viel Platz. Ja viel viel Platz. Aber das ist ja wichtig. Wenn man viel Zeit auf dem Wasser verbringt. Mit Leben auf dem Boot. Da ist Platz das Wichtigste. Ich sehe es schon wenn dann hier hinten der Grill steht. Und die Valarouten gespannt sind. Das wird mega. Guten Morgen. Ich grüße euch wieder von der Bahn. Ich habe mir, ich glaube ihr hört es auch, eine schöne Erkältung eingefangen. Meine Stimme war gut weg. Jetzt kommt sie langsam wieder. Ich bin wieder auf dem Weg nach Holland. Jetzt ist es soweit. Battle Cat ist in den Startlöchern. Die Vorbereitungen sind soweit alle abgeschlossen. Ich bin jetzt selber gespannt das fertige Boot sehen zu dürfen. Es ist einiges seit meinem letzten Besuch passiert. Aber jetzt der Innenausbau und der letzte Feinschliff ist jetzt über die Bühne gegangen. Im Schlepptau habe ich meinen alten Begleiter. Mein Swiss Cat. Mein altes Battle Cat. Was mich jetzt einige Jahre sehr sehr treu und sicher begleitet hat. Mit dem ich tolle Fische fangen konnte. Das bringe ich jetzt direkt auf den Weg zu seinem neuen Besitzer. Mit dem Abschied vom alten Boot kommt aber ein neues Boot in mein Anglerleben. Und ich bin auf jeden Fall mega mega gespannt. Ihr wart ja schon ein paar mal mit bei Tin Silver in der Werft. Also es handelt sich hier um kein Boot von der Stange, sondern um ein Boot, was ich speziell nach meinen Wünschen mit einem Architekten und der Werft entworfen, geplant und letztendlich auch gebaut habe. Ja und ich bin wirklich gespannt. Ich bin richtig gespannt. Wir werden es jetzt alle gleich zusammen das erste Mal in seiner Vollendung sehen. Ja und dann freue ich mich auch wirklich auf die erste Tour mit dem neuen Boot. Ich hoffe, dass ich es recht schnell einschleimen kann. Aber jetzt fahren wir erstmal noch ein Stück und dann schauen wir uns mal das neue Battle Cat. Das neue Alu Battle Cat. Made by Tin Silver. So ein paar Sachen habe ich auch noch von zu Hause mitgebracht. Ich bin jetzt wirklich gespannt. Und das Bootszelt müssen wir noch komplett anpassen. Und Rutenhausen. Die habe ich zu Hause von einem Kumpel machen lassen. Die können wir gleich rausnehmen. Bootszelt holen wir gleich. Und jetzt gehen wir mal schauen. Jetzt gehen wir mal schauen. Ich sehe schon ein bisschen was. Ich bin jetzt aber wirklich mega gespannt. Hier steht es schon im Eingang. Wahnsinn, also ich bin wirklich geblättet. Das sieht doch wirklich mal heiß aus. Mega. Mega Arbeit junger Mann. Top. Haben wir auch viel Mühe dafür gemacht. Ja. Ja. Jungs, das kann was. Schöner Drehsitz vorne drauf. Fürs gemütliche Angeln. Vertikal angeln. Oder fürs Spinnfischen. Absolut. Absolut. Guck mal die geile Kante hier. So, ein bisschen was müssen wir noch arbeiten. Ein bisschen was müssen wir jetzt hier noch fertig stellen. Ich habe mir ein bisschen Zeit genommen. Und dann schauen wir noch mal drauf. Dann schauen wir noch mal drauf. Die dritte Testfahrt steht jetzt an. Und danach, sofern jetzt alles passt, geht es für mich mit Battle Cat nach Hause. Sachen packen und ab an großen Fluss. Also wirklich brutal. Wir sind jetzt knapp 65, 66 km h gefahren. Ja. Zwei erwachsene Leute drin. Aber es ist ja auch kein Rennboot. Es ist ein großes, auch schon schweres Angelboot. Also super Geschwindigkeit, Gewichtsverhältnis. Fährt in Kurven. Absolut spurtreu. Wie wenn es auf Skien fahren würde. Ich bin mit Johann jetzt im Boot drinnen. Wir haben beide zusammen, sagen wir mal mit Untertreibung 200 Kilo. Wir stellen uns auf eine Bootseite. Da könnt ihr mit eurer Freundin noch ein Glas Sekt hinstellen, ja. Da schwankt nichts. Also schöne, richtig tolle Wasserlage. Wir haben jetzt hinten die Lenzstopfen rausgemacht. Uns war es auch wichtig, dass das Boot selbst lenzend ist. Ihr kennt das ja selber, wenn euer Boot mal längere Zeit im Wasser liegt oder irgendwo müsst ihr immer hin, Pumpe anschließen, gucken ob irgendwas ist. So kann das Boot nie volllaufen. Wenn ihr nachts oder wenn ich nachts jetzt irgendwann drin schlafe, mache ich hinten die Lenzung auf, wenn es stark regnet. Wasser läuft von alleine raus, ja. Ihr könnt das Boot super putzen. Das war auch mit dem Grund, ja. Naja, also absolut geile Arbeit, Jungs. Für den Prototypen, ja. Das ist ja das erste Mal, dass wir mit sowas rum experimentiert haben. Ja, und jetzt heißt es natürlich, ab auf den Hänger, sicher nach Hause kommen. Ballerzeug alles reinräumen. Ich habe in den Stauräumen hier so extrem viel Platz, ja. Ja, also da kann ich richtig Material unterbringen. Absolut brutal, ja. Schaut mal, also da können wir richtig Zeug reinkrachen. Ja, und dann packen zu Hause und dann ab. Ab nach Italien zum Welsangeln, damit Battlecat jetzt eingeschleimt wird. Vorne habe ich das 9er, das Garmin drauf in der 9er Größe, passt schön hier rein hinter die Scheibe. Toller übersichtlicher Steuerstand, ein paar Sachen sind hier auch schon von der Elektronik her belegt. Ich habe eine indirekte Beleuchtung im Boot. Vorne die normalen Lichter drauf, das Toplicht hinten. Ja, und die ganzen anderen Feinheiten und Details zum Boot. Es ist ein Boot der Klasse C, also auch rauwassertauglich. Aber die genauen Details zum Boot, die Feinheiten, findet ihr alle nochmal in der Videobeschreibung unten. Da findet ihr auch die ganzen Kontakte zu Johann, zu Tin Silber, zu Dieter Schäfer, der die Boote in Deutschland für euch der Ansprechpartner ist, der dieses Boot und noch viele weitere Bootsmodelle verkauft. Ja, wir sitzen alle in einem Boot bei diesem Projekt jetzt, hier bei diesem Prototyp. Genau, schaut in der Videobeschreibung nach, da findet ihr alle Infos. Wir gehen jetzt hier aus diesem Video. Ihr habt gesehen, wie das Boot entstanden ist, wie ich den ersten Schnitt am Material selber gesetzt habe, wie wir in den letzten sechs, sieben Monaten immer weiter daran gearbeitet haben, bis zu dem Punkt, wo wir heute sind. Und im nächsten Video werde ich mit Battle Cat schon auf dem Wasser unterwegs sein und wälzangen. Und da sehen wir uns wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, da mal dabei zu sein, wie so ein Boot aus den Ideen eines Anglers entsteht. Welche Schwierigkeiten wir hatten, habt ihr ja alles hier in dem Video gesehen, welche tollen Momente dann plötzlich dabei waren. Also wie so eine Entwicklung vorangeht. Die meisten kaufen einfach ein Boot von der Stange und dann ist es halt so, wie es ist. Aber wenn man selber was entwickelt, selber was macht, da braucht man wirklich ganz erfahrene Leute, die schon lange in diesem Bereich unterwegs sind. Auch Johann, du hast Bestboote, du hast Berufsschifffahrt, Polizei, alles. Und aus diesem Mix Spaß, Sicherheit, perfektes Angelboot und Zerstörbarkeit, kann man sagen, also dieses Boot wird uns überleben. Das ist kein DFK, was irgendwann gammelt. Haben wir probiert, ein spannendes Boot für Weltsangler, für Karpfenangler zu bauen, wo man viel Platz an Bord hat. Trotzdem noch schnell, wendig, auf Gewässern mit auch starkem Wellenschlag unterwegs sein kann. Wo man auch auf dem Boot zu dritt zuviert mal eine Grillparty feiern kann, ohne dass alles umkippt. Ja, und ich denke, das haben wir, das haben wir geschafft. Haben wir hinbekommen. Das haben wir gut hinbekommen. Im nächsten Video gehen wir richtig angeln mit Battle Cat. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut in die Videobeschreibung, da findet ihr alle Infos, wenn ihr selbst auch mal Bock habt, so ein Projekt anzugehen oder ihr ein Angelboot sucht. Die richtige Auswahl, die richtigen Modelle, alles Mögliche, alles ist möglich, findet ihr hier bei den Jungs. Bis zum nächsten Video, alles Gute für euch, euer Stefan. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.